Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wetttalk Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mech Arena und ich würde sagen, wir hauen gleich wieder rein und ich hoffe, heute werde ich gewinnen beim Wettbewerb. Viel Spaß! Okay, und die erste Runde geht los. Ich habe gerade das Gefühl, dass es hier so ein bisschen laggy ist. Guck mal, die laufen schon los. Ich bin noch nicht mehr so weit. Okay, mit dem muss ich... Ah doch, renn wir da oben lang. Hier oben drin hatte ich gute Erfahrungen letztes Mal gemacht. Okay. Ah, ein bisschen Lenke hier wieder. Ah, ich hätte nur den einkehlen müssen und dann wieder weg. Naja, egal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was ist denn das wieder? Wieder so ein Leck. Ekelic. Jawohl. Erwischt. War ja klar. Oh, gewonnen. Los. Jetzt wird gesnipet. Schieb mich doch nicht hier in die Ecke. Salzmann. Ah, bleibt doch stehen. Das ist es, das ist es. Alle Weckte aus der Linse. Doch. So. Bisschen. Nachladen. Ja. So. Bisschen. Upsa. Ich kann noch nicht. Müssten noch auf mich warten. Okay. Dahinten ist einer. Okay. Daumen ist er. Komm zurück. Ah, ich hab gar keinen Schuss. Schluss mit dem Schuss. ach nee wir verlieren das schaffe ich doch nicht es wird knapp es wird knapp aber es war sieg nein ja wie lange habe ich darauf gewartet drei unterstützungen zwei kids der salzmann da habe ich zur seite geschoben ich habe mir ich nicht beobachte durch salzmann ok und die nächste hunde geht los spieler ihn hier einmal springen alles gauten hier kommt man da hoch oh cool dahinter bestimmt dann auch ich probiere es mal aus oh man kann doch nicht weiter rein hmm hmm ein bisschen lecki hier wieder haha der feuer doch wieder auch er hat mich erwischt er hat mich erwischt mein artillerie artillerie jetzt zack einmal abfeuern und kein getroffen zehn sekunden warten das macht man in zehn sekunden weg laufen muss ich auch nicht naja ich glaube ich habe eingetroffen hat gewonnen artillerie weiter jetzt beinahe ein kill und ich bin jetzt zurücklaufen hier ist man sehr schön in sicherheit alle zwei sind runtergekommen rest um gegen schild und ja dann schieß es jawohl das wird wieder ein sieg und jawohl wieder ein kill ich glaube fünf käse war mit denen fünf oder vier vier war gut ja nicht der beste aber also ich glaube vier kills waren das und keine unterstützung weil er hat vier unterstützungen und ein kill insgesamt sieben kills könnte vielleicht sein also nicht mit könnte sein dass sie hier sind es waren halt sieben kills aber es könnte sein dass sich mit denen halt vier kills haben mit den anderen drei kills weit besser spielen gerade auch schon da habe ich einfach schnell weiter gedrückt dann geht es weiter für nächste runde okay und die nächste runde geht los ich hoffe ich gewinne wieder ich habe es geschafft in sicherheit okay hmm ich habe mich da voll verrannt ok jetzt wo seid ihr zack da wo alle hier alle hier ziemlich gut für mich aus man sieht nicht gut für mich aus ein satz mit x das war wenig ist Prozent schneller das war Mensch Prozent ich bin eingefroren Okay Okay Nochmal durchlaufen Nee, da nix Kann doch nicht wahr sein hier Das kann doch nicht wahr sein, 5,5, okay Ah, da durch die Wand durchgeschossen, das kann auch nicht wahr sein Jetzt nochmal schnell nach vorne laufen Für die Verlängerung Schnell, 8 Bye DoppelKO Okay, schon ein bisschen Schaden gemacht hier Und Nichts Gar nichts getroffen Brauche Deckung Ja In vier Sekunden Okay Getroffen, aber Zu wenig Jawohl Ein Kill Och, und die haben zwei geholt Ach, Mensch Nicht down Wir gewinnen noch Ja, ganz bisschen getroffen Bestimmt nur am Rand Von der Explosion Okay Okay Feuer Und Jawohl Okidoki Sieg Heute ist ein schöner Tag Ja, dann Ich war zwar nicht der beste Spieler Glaube ich Vielleicht mal wieder nur der zweitbeste Ja, guck mal Wenn ich der beste bin, verlieren wir Wenn ich nur der zweitbeste bin Gewinnen wir Drei Queste fertig Auch schön Da Zwei bester wieder Gut Dann würde ich mal sagen Das war's für heute Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid Bis dahin Mit euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Ciao Bis dahin